ja die erlöhne hat sich um jetzt einer weiteren folge pvz marken alle hallo ihr schnäckchen der titel und der gegner auia kann man die und alle die letzte folge ist gesehen haben wissen wie toll der tut es ja und der spitze 4 und hat mich schon mal mit 4 Schüsse wegholen ja der war von 4 da mal liegen ah nein ich krieg dich nicht der steht noch immer neben deiner Leiche that is too heavy Mann und der Fakur Kölzer 6 Alter wie der mich gewählt hat und wie viel Prozent hat er 8.2 wir müssen Doppel-Sonne-Blum machen Alter wir haben keine Schuss genießen Doppel-Drei-Strahl können wir unsere Strahlen bündeln und dann ein schwarzes Loch erzeugen und so weißt du schon ja die Welt muss schon mal bespawn weg Alter du nicht ich habe ja gesagt mein Team war richtig bad-scheiße letzte Runde oh man ich bin schon wieder von Z4 von hinten abgeballert und sagt da kann der entscheidende Todesstoß von von hat die Uhr der mich in der 2-mal getötet ich liebe diesen Jungen wissenschaftliche Feuer das ist wieder um und eh mal recht hier in die Tür wieder in der Beschuss genommen das wirklich alter nicht so ein bisschen sondern nö nö mit drei Leuten oder so aber ich denke zurück alte es wird es geschickt werden jetzt bin ich tot aber ich war noch die ganze zeit beim garten und habe sogar noch ein nachher schon zweifel seite zwei kids alter gott alle drohnen ich habe eine drohne schon gerade multi rockets da oben hängt schon wieder einer mit seiner stets 4 und herringlich hält und er war es aber nicht verletzt das gibt es ein bisschen Stumsfeld Töte haus das Zollertyp ist Prozent es heißt es wird da links hat er oder den mit der Abschied nein ich halte sicher von der Tür dass der andere der trifft das ist verletzt nicht der wo wegrennen habe ich ihn habe ich in einer Zeit wieder zeigen in 05 das fängt nicht fahrt die vier Arten aus dem Arsch der Welt ich hab zumindest Tolerjutsch Zombie getötet okay das schon mal anfangen oh jetzt schießt Tolerjutsch nicht da werd ich aber drum ja das war Tolerjutsch und sofort hat er mich wieder geklärt und das wieder lieber nicht weggekommen alter der Typ fickt das ist ja nicht mehr normal wie der abgeht in der jetzt getötet wieder so einen anderen zu erde ich bin auch alle Z4 die Bakos ne nö ich sehe viele andere ich hab noch drei oder vier Z4 Spieler hier in der Runde ja das schon und wieder hinter mir einer wieder von einem Z4 getötet 2-0-0-5 sind drei oder vier Z4 Spieler und die Z4 ist einfach OP ja kannst du wenig gegen machen ja ja Z4 wieder nicht mehr von 3 Z4 grad abgewollt hat alter das ist vielleicht ne scheiße Tenshi auch du heutigen und wieder an mich in Z4 getötet und du bloß ich glaube gegen die Z4 hilft eigentlich nur Schnapper spielen ich glaube ich wechsle jetzt dann auf Schnapper rüber im Garten verkämpfen fallen legen vergraben und warten dass sie kommen ich glaube das hilft gegen die Spaß sehe ich nicht also Z4 sind meistens außen das Problem ja und dann kämpfen sie aber auch nicht und sie da draußen bleiben die Z4 decken uns und die anderen die meinen also 2% Leben Toller greift den Garten grad an Ok, der kill dir alles Aber hier sind jetzt mehrere Sonnenblumen Ich sag doch, Multi-Sonnenblumen ist geil, weil wir beleben uns gerade gegenseitig immer wieder Der kann uns gar nicht so schnell töten, wie wir dann wiederbeleben Nein, jetzt bin ich natürlich eingefroren jetzt, wo ich den Spakuel den töten können Der hatte 1% wie er mich gekältert Nur weil ich eingefroren war, was für die Scheiße Fuck Amts von 3,iz-4 Eigentlich Wer die Probleme den drei Leuten im Garten drin die tun mir gerade weh. Jetzt bin ich tot. Jetzt sind es schon vier Leute im Garten und ich bin solo da drin gewesen. Keine schöne Sache. Na ja, und es ist so schwul. Was? Du wohnst jetzt? Alles klar, toll. Du wohnst mich einfach. Du wolltest mich gar nicht töten hätte können. Und dann habe ich mich eingefroren. Aha, man. Hier, diese Base ist für Z4 OP. Ja, weil die gerade gar nicht einfach überall und dann kackt. Gerade eben habe ich ein gutes Stück hingelegt, aber jetzt bin ich gleich tot. Aber jetzt? Bei einem Z4 Schützen, das ist jetzt der fünfte in der Runde. Alles klar, jetzt kommt einer auf der Seite. Ah. Da ist noch einer. Und wenn ich wieder geholt habe, der wechseln. Oh. 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 Da links ist wieder einer. Zwei. Dann habe ich geholt. Mit mir Tom. Super Taktik. Du fängst immer meine Schüsse ab. Du spielst quasi lebendiges Schuttschild. Oh. Links, wieder eine. Ob ich. Ja, okay nicht mehr. und und links kommt viele sehr mein Problem ist die ganzen Z4 kommen gerade und z4 oder ist schon der sechste Z4 Spieler krasser Scheiß ich glaube in der Team besteht nur noch aus Z4 und ein paar Eissoldaten und zwei Inchis aber ansonsten ich sehe auch irgendwie nur noch Soldaten rumlaufen siehst du noch irgendwas anderes ich sehe vielleicht ein Inchieber nicht nicht mal ein Euster oder so ja eben ein Inchieber aufbauen ein Inchieber aufbauen haben wir tot naja Hölle in der mich mit 0 Prozent Leben getötet und er läuft noch weiter rum und töte weiter Menschen er hat null Prozent ja Wattwein all diese Runden sind irgendwie gerade aktuell ein bisschen verflucht warum naja das ist etwas das eine normale Runde ist ich krieg grad voll viele noch äh um diesen Ding der aber jetzt mich trot toller Dude Meffler okay der was denn sonst rolling 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 wahrscheinlich hört ihr nicht mal aufzu aufzurollen ne mein Moll den schieben grad wie Standard der hat es schon ein paar mal aufgehört aber den schieben grad die die gespawnten Zombies durch die Gegend auch ich hab ein Euster gefunden wow stimmt witzig ob der Rennen auch noch um zwei oder so ja ich hab grad hier einen gefunden oder ja ich hab grad hier einen gefunden der kam natürlich von hinten einer wird uns in spawn raapen aber gleich hoi ich hab dir eine Vorlage gegeben auf den zwei zwei sogar ja weil sie jetzt aus der Basis raus sind wo wo Z4 OP ist jetzt machen wir Euster OP weil die haben viel live geht soll es gut ja ja wixer wer ist tot ich werde wiederbelebt ich krieg mich noch mehr als ein Standard-Zombie weil ich einfach aus drei Richtungen abgeschossen aber okay wir haben sie unter eine Minute gebracht im ersten Checkpoint ist eigentlich schon ziemlich gut dann weil ähm gewinnert Gott der Shit aber da kämpfen immer noch einige Z4 oben aufm Dach natürlich hey ah die Runde bin ich richtig schlecht bin aber trotzdem zweitbester im Team nach dir unser Team ist einfach nur löschen und da kann man auch nicht gut sein wenn das Team so verkackt weil dann alleine gegen viel zu viele immer kämpfen muss weil das ist nicht normal hier Final Stage 12 Kills bin ich normalerweise bei 40 oben oder so ich muss nachladen ich muss nachladen oh er ist tot danke oh oh jetzt hole ich noch ein Z1-Tunnel irgendwie 40 Sekunden alter das müssen wir jetzt einfach halten ich hole du da 44 Kills alter what the fuck ja das sind Werte die ich normalerweise auch habe im Finale aber die Runde unmöglich mit dem unser Team so dominiert wird oh mein Gott 0 extra ey der stand bei 0 schon ja echt so vor allem dann auf einmal extra Zeit ja natürlich schaffen sie es jetzt natürlich der war ja schon gestanden alter so ein beschiss der stand bei 0 dann rollt der los jetzt machen wir extra Zeit wir haben gewonnen troll hat die gute Scheiße und ich hasse dieses Spiel okay es könnte gar nur für zwei aus dem Spiel da ist der schon gebannt von Anfang an der wird sofort gebannt naja diesmal habe ich zumindest auch irgendwas erreicht ja war nicht so geil war aber okay er hat die meisten Kinsen mit dem ja wir haben auch die meisten Punkt den unsern von der Viertel von dir hat die Arbeit das Team das war auch vollem Vorteil naja ich würde sagen wir sehen dass das nächste Mal muss zum nächsten Mal sagen wir sind tschau tschau